Musik Herzlich Willkommen Leute zu einem Counter-Strike Global Offensive Overwatch Und ja, lang ist es wieder her, jetzt machen wir mal wieder ein kleines Ründchen Overwatch in Counter-Strike Und unser Team liegt 0 zu 3 hinten und The Suspect hat Stats von 2 zu 3 Und wollen wir doch mal schauen, wie das Ganze hier so weiterläuft So, The Suspect erstmal hier Richtung Mitte unterwegs, dann müssen wir erstmal kurz die FPS cappen Ich spiele ja nur mit 60 Wallhack ist an Und wir schauen mal, wie das Match läuft, die ersten drei Runden zu verlieren Vollkommen in Ordnung, schlechte Pistol Round gehabt, whatever, ist alles noch drin Momentan habe ich ein bisschen Halsschmerzen Nach meinen Zahnschmerzen kamen direkt die Halsschmerzen Deswegen wegen der Stimmlage jetzt nicht wundern Oder warum ich hier nicht so rumquietsche, schreie, whatever Nicht so einfach, damit viel zu sprechen Aber ich gebe mein Bestes Die Reflexe an sich waren ganz nett War auf jeden Fall kein Wallhack Reflex, sonst wäre ich den auf jeden Fall gehabt Und wie immer kann ich euch nur sagen Wenn ihr weiterhin Overwatch sehen wollt Oder Counter-Strike-Videos immer gerne ein Like da lassen Das Ganze unterstützen Ich schaue dann, dass ich das wieder ein bisschen besser hinbekomme Aber wie gesagt, letzte Woche habe ich so gut wie nichts aufgenommen Aufgrund meiner Zahnschmerzen Der klassische Dardosh wurde da gemacht Der kam die Kiste nicht hoch Die Smoke liegt auch nicht optimal Man müsste seinen Fuß sehen können, wenn er da durchgeht Und zwar, okay Er hat sich doch nochmal umentschieden Zack Das war ganz gut Nochmal Er vermutet, die Bombe liegt noch oben Aber er muss ja da einen vermuten Und das Problem in der Overwatch-Demo ist, dass es keine Ducken-Animationen gibt Wir sehen entweder geduckt oder nicht geduckt Also One Frame und der andere Frame Und deswegen konnten wir jetzt selber gar nicht sehen, ob er ihn da gesehen hat Beim Ducken Jetzt wird er von hinten beschossen Noch 2 AP Schöner Jump-Headshot mit der Glock Der war auch legit gewesen Und die Bombe ist zu spät gelegt Der Kill war natürlich jetzt wieder ganz nice Er ist natürlich auch mit dem Cross heruntergegangen Er hat halt gezielt auf denjenigen geschossen, der durch die Türen gegangen ist Wie weit er jetzt da was gesehen hat oder so, müssen wir mal schauen Ja, getroffen Wirkt jetzt schon doch wieder ein bisschen anders Das ist ein typischer Fehler Und zwar hat er nicht darauf geachtet, wo er die Granate hinwirft Sondern wo der Gegner zu dem Zeitpunkt schon Dieser Fehler mit der Granate jetzt ist eine Möglichkeit für einen Indiz zum Wallhack Da helmt er natürlich nicht länger hin Er guckt halt alles einmal ab Das ist ja vollkommen in Ordnung Aber er bleibt nicht stehen So wie er es an anderen Ecken macht So, die Bombe habt ihr da verloren Ich glaube, der spielt schon länger Ist auch an sich gar nicht schlecht Aber ich glaube, der hat das ein oder andere Hilfsmittel vielleicht dabei Der spielt das ganz tricky runter Also ja, der Typ spielt an sich nicht blöd Ich gehe sogar so weit, dass der ja schon sehr, sehr lange macht Und vielleicht ist es auch nicht sein allererster Account, mit dem er das macht Ja, er kann jetzt auch gesperrt worden sein und den 9 geholt haben Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher Dass alles, was er macht So von den Bewegungen her und alles mögliche Sind ja alles Legend-Sachen Auch die Kills, wie sie gemacht wurden Kann alles so ganz normal passieren Ja, darum reden wir gar nicht Das ist jetzt nicht so, boah, das ist unmöglich, was er da macht Aber die Art, wie er das macht Lässt mich eigentlich hierzu Bis dato zu 90%, mehr als 90% sicher sein Dass er einen Wallhack hat Aber lassen wir uns mal überraschen So, Kimi kressiert Kiwi, Kiwi Und da war wieder der Flick Die Bombe wurde vergessen Sogar von dem Mate, der noch nachgezogen ist Die Smoke auf kurz, sehr genial Und anstatt ihm jetzt zu vermuten, dass er stehen geblieben ist Ist er direkt rechts rüber gegangen Jetzt seht ihr, er hätte doch auch noch da stehen können Wo er gerade zweimal auf ihn geschossen hat Nein, er war sich sicher, dass er sich bewegt hat Da kommt jetzt einer von kurz Ne, der steht auf kurz Bleibt auch stehen Jetzt bin ich mal gespannt, ob er sich Wenn er jetzt richtig im Timing fortbewegt Oh, jetzt kommt's Er wartet Er lässt sich natürlich reinlaufen Ach, scheiße Die Zettel spielen immer mal so in die Karten Dass er mit dem, was er macht, durchkommt Die müssten was Unvorhersehbares machen Bombe liegt wieder kurz Das ist jetzt hier mal doch wieder hin Er war erst auf dem, auf dem Weg davon wegzugehen So wie jetzt, weil er sich ja eh nicht bewegt Er hat nicht gehört, er hat gesprungen Hat er leider auch gesehen Aber halt nicht Die spielen immer in die Karten Das ist echt bitter Aber die Runden dauern ein bisschen länger Es kann schon sein, dass wir hier auf ein bisschen höheren Rängen spielen Genau, jetzt mach ich das Scoreboard auf Das, was der Zettel gemacht hat, war ein riesen Fehler Der hat erst seine Waffe durchgeworfen Natürlich, entweder wollte er nur die Waffe wechseln Ja, dann wär's trotzdem dumm, wie er's gemacht hat Oder er wollte die Waffe werfen, um zu faken Da, da war direkt Das war der Beweis Von der Reaktionszeit her hat er direkt geschossen Weil er wusste, dass da einer ist Ja, und nicht, weil er wie all die Runden davor sonst abgeaimt hätte Das war der Beweis, dass er einen Warlag hat Aber, ähm, was der Zettel gemacht hat Er hat seine Waffe vorhergeschmissen Und wenn das Absicht war, um die Gegner abzulenken Hat er durch die Waffe die Gegner, also die Terroristen getriggert Dass sie abdrücken und ist dann durchgesprungen Eigentlich hätte er ihnen so viel besseres Timing ermöglicht Das, was der Zettel gemacht hat, war echt dumm Jetzt geht's auf den Hand Zumindest bekannt, wo er ist 8, 8, 4, 4 Dann war mal wieder der Schuss ins Leere 4 AWP ist eine AK Und Er ist euch immer noch nicht sicher Aber, äh, doch Kann er ja, man sieht ihn ja nicht Weil er sich extra duckt Er hat sich an der AK jetzt extra geduckt Damit du ihn von unten nicht sehen kannst 3 gegen 2 Sein Team an sich ist aber auch gar nicht so schlecht Ja, doch Gegner-Team mit Token 0, 0, 6 Ja, mit Granaten hat er es nicht Freut mich, dass die CDC-Runde geholt haben Na, ich glaub schon, dass wir hier eben Auf ein bisschen höheren Rängen spielen Übertreiben sie es langsam aber auch Und der war zu langsam Die Bauer wird oft in diese Ecke geschmissen Und wo vermutet er ihn genau an der Ecke Das wird die Smoke verlangen CT wirft auch nur Smoke hoch Sehr nett Diesmal will er das Loch nicht checken Weil er diesmal erst recht checkt Ja, er hat eine Granate geworfen Aber bevor die Granate Jo Ja, okay Wir sind uns auf jeden Fall einig Das ist Als Wallhacker ist es sehr schwer Egal, wie lange du das schon machst Es gibt immer Kleinigkeiten, wo du dich verraten kannst Die gibt es immer Weil Auf Dinge zu reagieren Ist ja menschlich Das kommt von alleine Das zu unterdrücken Ist gar nicht so einfach Ja, deswegen wird ein Wallhacker Immer irgendwann einen Fehler machen Wenn du genau drauf achtest Die Bombe hat er im Ölfass gesucht Da hat er sich leider selber bewegt Die Bombe hat er sich leider nicht gebt Ja, nice Bombe drop Oh, jetzt chokt er. Wir haben rechts in der CT-Base noch einen. Ne, sogar davor. Ich denke, dass sie das Match trotzdem nicht gewonnen haben, also die CTs. Sonst hätten sie ihn nicht reported, glaube ich. Ja, er wollte. Er war direkt drauf. Und er hat auch's gescopet. Also hier sind wir uns, glaube ich, alle einig. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über euren Support freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.